Herzlich willkommen auf dem ganz neuen YouTube-Kanal unserer Kirchengemeinde. Es sind verrückte Zeiten, in denen wir uns im Moment befinden. Die Kirche hier ist ganz leer. Ganz viele Veranstaltungen unserer Kirchengemeinde werden im Moment abgesagt. Die Gottesdienste können nicht stattfinden. Und bei Ihnen, bei Euch zu Hause, sieht es auch ganz anders aus. Vieles, vieles fällt aus. Vielleicht kommt bald der Zeitpunkt, wo wir gar nicht mehr nach draußen gehen dürfen. Bis auf die ganz wichtigen Alltagsdinge. Corona hat uns im Griff. Viele werden hier im Moment mit zu tun haben. Desinfektion, die Sorge um das, was kommt. Die Sorge vor der Zukunft, werde ich mich anstecken? Wie wird es sein in der Familie, mit meinen Lieben? Wir als Kirchengemeinde haben noch was anderes weiterzugeben. Und merkwürdige Zeiten führen manchmal dazu, dass wir uns andere Mittel und Wege aussuchen. Wir haben ein Licht der Hoffnung, auch in diesen Zeiten weiterzugeben. Wir glauben, dass Gott uns in der Hand hält. Wir glauben, dass Jesus auf uns aufpasst. Und dazu soll auch dieser YouTube-Kanal dienen. Wir wollen etwas weitergeben von der Hoffnung, die uns als Christen trägt. In kleinen Andachten, Videobeiträgen, persönlichen Worten wollen wir uns an Sie, an Euch, auch in diesen verrückten Zeiten wenden. Vielleicht gefällt es Euch, vielleicht hilft es Ihnen. Ich bin ganz gespannt, wohin diese Reise uns führt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, dass Ihr dabei seid. Viel Freude mit diesem Kanal. Viel Freude mit diesem Kanal.